Yo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Kanal, heute spüren wir im Einkauf von Skywars auf dem Stonehenge. Und zwar Leute, möchte ich mich auf jeden Fall dafür bedanken, dass wir 400 Abonnenten am Video geknackt haben. Es ist wie gesagt schon eine enorme Zahl, dass wir überhaupt 300 Abonnenten geschafft haben. Auf jeden Fall Leute, danke an euch. Ich würde sagen, ich versuche jetzt auch mit dieser Runde zu gewinnen. Und zwar Leute, wollte ich auch nochmal eine Montage für euch machen. Schreibt mal rein, wie ihr diese Idee findet. So über Skywars. Und ein bisschen Badwars vielleicht. Und schreibt mal rein, was ich eher bringen soll. Skywars oder Badwars. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr das reinschreibt. So, den ersten hätten wir jetzt auch. Ich glaube, der hat damit nicht so gerechnet, dass wir das machen. Auf jeden Fall. So Leute, da vorne sehe ich auch schon den nächsten Gegner. So Leute, wir haben uns auf jeden Fall mal rüber gebaut. Schreibt auf jeden Fall mal rein, wie ihr es so fändet, wenn ich eine Montage bringen würde. Oder was auch immer ich bringen soll. Oder was auch immer ich bringen soll. Ich werde es versuchen zu machen. Und ich hoffe einfach mal, der Typ. Bitte verreckt. Ja Leute, wir sehen uns gleich noch in der nächsten Runde wieder. Der hat auf jeden Fall gut gespielt. So Leute, dann sind wir jetzt auch in der nächsten Runde Skywars. Auf jeden Fall haben wir wieder eine Enderpelle. Ziemlich nice. Noch eine. Und so würde ich sagen, gehen wir gleich auch direkt wieder in die Mitte. Perfekt geworfen. Dann ratzen wir den mal weg. Erstmal noch Backschwert. Protection 1. Auf jeden Fall geil. So ein Schand, Mann. Imagieren wir uns hier mal ganz geschickt runter. Und verfolgen ihn dann. Das wird nämlich eine Verfolgungsjahr. Was auch immer sie macht. Die gibt uns auf jeden Fall. Ich weiß aber auch nicht, was sie getankt hat. What the fuck. Da vorne ist auf jeden Fall unser nächster Gegner. Ja, der drückt uns gar kein Hit, würde ich sagen. So ein kleiner Lacker. So ein Lacker. Baut er sich auch noch ein. Und ich habe genau keine Spitzhacke. Der hat auf jeden Fall nicht so gut gespielt, Leute. Ich würde sagen, sehen wir uns dann gleich auch wieder in der nächsten Runde Skywars. So, Leute. Dann müssen wir auch in der nächsten Runde Skywars. Und zwar, Leute. Würde es mich freuen, wenn ihr mal eine Challenge reinschreibt. Was ich machen soll. Wie zum Beispiel die Super Circuit Settings Challenge. Oder die No English Word Challenge. Oder vielleicht die No Bug Challenge auf Gommel. Dass man zum Beispiel nicht mal bugt. Ja, das sollten wir gewinnen. So, die hatten wir auf jeden Fall. Auf jeden Fall, der stoppt uns jetzt erstmal nicht ab. Wo ist er denn jetzt? Da miese Schlinge. Wie gesagt, die No Bug Challenge auf Gommel steht immer noch, Leute. Leute, da hat Gommel auf jeden Fall mal kurz geleckt. Auf jeden Fall hätten wir ihn da ziemlich krass rasiert. Er ist sogar noch auf dem Boden gelandet. Das heißt, wir können uns noch seinen Stuff gönnen. Wir gehen danach direkt in die Mitte. Ja, der Board steht hinten auf jeden Fall. Ja, der Board steht hinten auf jeden Fall. So, Leute, wir sind jetzt auch in der Mitte. Ja, Leute. Er ist auf jeden Fall runtergefallen. Ich würde sagen, es war es auch mit diesem Video. Lasst ein Like da, falls es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Und Tschüss. Don't look back, we're here to stay. A life we knew would come one day. And this is it, the borderline. To where the future leaves us behind. The fire will burn and never die. Looking through the eyes of a brand new life.